Im Kassler Tierheim Waumau-Insel warten eine Menge Tiere auf ein liebevolles neues Zuhause. So unter anderem Keks und Krümel. Die Kaninchen sind drei Jahre alt und seit September in der Waumau-Insel. Die absolut lieben Tiere können auch zu größeren, verantwortungsvollen Kindern. Keks und Krümel wünschen sich für ihr neues Zuhause viel Platz, täglicher Freilauf ist für die Kaninchen ideal. Solveig heißt dieses europäisch kurzer. Knapp ein Jahr ist die kastrierte Katzendame alt. Solveig sucht ein Zuhause, das ihr viel Freigang bietet. Seit Mai ist Solveig in der Waumau-Insel und wäre froh, wenn sie bereits in Kürze eine neue Bleibe finden würde. Noch immer sucht Foxteria Bobita ein neues Zuhause. Der Rüde ist bereits seit Juni 2014 im Tierheim und hat noch keinen neuen Besitzer gefunden. Bobita wird elf Jahre alt und ist ein liebenswerter und freundlicher agiler Rüde. Er leidet unter dem Morbus-Casching-Syndrom und muss ein Medikament nehmen. Kinder, Autofahren und das Zusammenleben mit Hündinnen ist für den kastrierten Rüden kein Problem. Er wartet, so wie viele andere Tiere im Tierheim Waumau-Insel, auf ein neues Zuhause. Das Tierheim ist dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, mittwochs von 14 bis 18 Uhr 30, sowie nach Vereinbarung. Informationen zu den Tieren gibt es auch im Internet unter waumauinsel.de Das Tierheim, 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 das